Brrrr, hier wird's mir langsam ein bisschen zu kalt, oder? Dass dieser Apfel da nicht friert. Na gut, ich werd schon noch zu dir kommen. Kannst dich drauf gefasst machen. Oh Gott, das war aber nicht die Art und Weise, wie ich's wollte. Müssen wir das in der Luft abfangen? Diesen Stachel? Oder wie soll wir das machen? Nee. Da komm ich doch gar nicht hoch. Oder muss ich von dem hier aus hoch? Geht der irgendwie anders? Warte mal. Nee? Höh? Du, 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 du. Ich könnte den hier machen. Nee, geht auch nicht. Und da stirbt man. Ah, okay, also hat's jetzt sehr lang gedauert, aber man muss wirklich einfach einen perfekten Timing machen. Das ist ja richtig dumm. Weil es vor allem nicht so einfach ist, das Timing hinzubekommen. Ich muss ja danach nochmal abspringen. Dann muss er einmal dahin... Ja, toll. Dann hab ich wieder unten. Und dann muss ich wieder warten. Das ist ja mega dumm. Also ehrlich jetzt. Ach, das ist ja übelst dumm. Also keine Ahnung, was sie sich bei dem Level gedacht haben. Okay, aber ich bin... Ich bin oben. Okay. Hier warte ich lieber nochmal. Der kommt doch nochmal runter, oder? Oder? Ja. Okay. So, hier brauch ich nicht in der Luft abfangen. Ich kann einfach den hier machen. Es ist besser, einmal zu springen und dann ganz kurz zu tappen. Findet ihr, was ich meine. So, so ist es besser. Oh, hier muss ich aber in der Luft. Oh, das ist kacke. Okay. Sieht ihr mich denn hier? Ja? Ja. Okay, ich kann also, wenn... Okay, das ist interessant. Das ist ein bisschen ähnlich wie Mario Maker, dass er in der Luft das noch akzeptiert und einsammeln, äh, aufsammeln kann oder was auch immer. Okay, die drei waren ja mega einfach. Nur der Anfang des Levels war sehr knifflig und schwierig herauszufinden, aber... Wenn es sonst nichts ist, dann wird gleich der Hintern von Donkey Kong schön blau aussehen. Das werden wir gleich sehen. Erstmal noch das hier. Oh Gott. The Control Room. Okay. Komm mal runter da. Ich sag da, komm mal runter da. Ich muss irgendwie da hinkommen. Danke. Ach man. So muss man warten muss. Okay, ja, da unten ist der Schlüssel, aber da komme ich ja offensichtlich jetzt gerade noch nicht dran. Hä? Keine Ahnung. Soll ich runter? Soll ich hoch? Sterb ich? Ja, ich sterbe. Cool. Weiß nicht, was jetzt gewollt ist. Ich meine, meinetwegen kann ich mal hier runtergehen, aber... Hier gibt's nichts. Außer den Tod. Deshalb lass ich's lieber mal. Dreee. Ah, Mist. Schade. Ja, schade. Da war ich zu voreilig. Das kann mal passieren. Komm schon, Schmiel. Komm schon. Nein. Lass mich einfach durch, bitte. Erster Regensturm. Dann da drauf. Dann rüber. Okay, jetzt habe ich's. Lass mal nach unten gehen. Aber normal nach unten. Okay. Wir sollen offensichtlich nach oben gelangen. Ne? Und dann machen wir uns einfach hier... ...ne Plattform hin. Zusammen mit einer Leiter. Ne? Hier zum Beispiel. Dann sind wir oben. Und jetzt haben wir das Problem. Wer macht uns das hier frei? Es gibt keinen, der uns das frei macht. Das ist ein Problem. Platsch. So, eigentlich muss ich ja irgendwie erst mal... ...das Tor aufmachen. Das heißt, das soll der Muschel aktiviert sein. Ja, wie soll ich ihn da rausbekommen? Hä? Was? Ich weiß nicht gerade. Das muss aber so sein. Also. Ich muss den Schalter aktivieren, um den Typen freizulassen. Ich kann den Typen aber nicht freilassen. Ohne den... Schalter... Also. Hä? Was? Ich muss das da oben auftauen mit dem Typen. Also muss ich ihn freilassen. Ich kann aber erst freilassen, wenn das oben aufgetaucht ist. Das macht aber keinen Sinn. Und der Grund, warum es keinen Sinn macht... ... ist, weil man einfach hochklettern kann. Oh, Mann. Bisschen trau ich, dass ich sowas hier nachschauen muss. Aber ich komme nie auf solche Rätsel. Ich weiß auch nicht. So, jetzt ist der Schalter. Nein, nein, nein! Du Idiot! Oh, Gott, verdammt. Okay, warte, 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 warte. Ja, okay, Mario. Ist okay. Spring halt direkt in den Tod. Wenn es dir Spaß macht. Also. Das Ding ist dafür gedacht, dass es direkt hier benutzt. So, und dann springt man hier runter. Meinetwegen kann es auch hier landen. Dann postest du nicht. Oder postest du trotzdem. Egal. So, zack. Jetzt hier landen. Okay, hat funktioniert. Perfekt. Wo ist das Ziel? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Oder hat man es nicht gesehen? Warte mal, wo ist das Ziel? Äh. Freunde, wo ist das Ziel? Warte, bin ich jetzt tot? Nee. Okay, habe ich getroffen. Aber weil ich das Schüssel in der Hand hatte, bin ich nicht gestorben. Ich glaube, das Ziel ist da oben. Über uns. Das ist meine Vermutung. Und meine Idee wäre dann... Hier im Block hinzusetzen. Da kommst du nicht durch mit dem Schlüssel in der Hand. Okay, schnell. So, oder? Wow. Ist hier das Ziel? Ist hier das Ziel? Ist hier nicht das Ziel? Dann ist es dort. Schaffe ich es noch? Ja. Was zur Hölle? Wo ist das Ziel? Spiel. Ich war jetzt überall. Literally überall war ich jetzt. Ja, okay. Nee, dann schaue ich es auch noch auf. Ah, ja. Weil man darauf auch kommen kann, Spiel. Okay. Ja, ich weiß jetzt, wo es ist. Ja. Aber... Ich weiß nicht, wie man das herausfinden soll. Also... Try and error, schätze ich. Ähm. Ich setze jetzt erstmal ein paar Sachen hin. Ja, okay. Dann nimm halt. Nimm halt den Schlüssel nicht mehr mit. Ähm. Ja, da ungefähr, wo ich jetzt gerade die Leiterin gebaut habe, ist es. Ich musste nur besser hinbauen. Ähm. Ich würde sagen, hier. Damit ich den Schlüssel auch hochwerfen kann. Nee, reicht noch nicht. Okay. Trampolin. Das ist ja jetzt... Keine schlechte Idee. Dann macht es nämlich Boing. Oh, das funktioniert auch nicht. Keine Ahnung. Schade. Ähm. Dann machen wir mal hier einen Block hin, dass ich ja zumindest schnell hinkomme. Nein! So, erneuter Versuch. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt klappt. Nein. Schon. Nimm den Schlüssel schnell mit. Schmeiß hoch. Benutzt das, um das Timing wieder zu resetten. Und jetzt haben wir es. Denn... Der Ausgang ist hier. Wie kommt man darauf? Wie so eine kommt man darauf? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, solange sich das Nachschauen in Grenzen hält, finde ich es eigentlich in Ordnung. Vor allem bei so einem alten, noch teilweise kryptischen Game. So kryptisch wird dies... Man, so langsam möchte ich aber meine Freundin wiederhaben, Donkey Kong. Ja? Ich habe sie dir nur geliehen. Ich habe sie dir nicht geschenkt. Okay, das klang jetzt irgendwie alles falsch, aber... Jedenfalls möchte ich dennoch meine Freundin wiederhaben. Egal wie, wo und wann. Ne, wann nicht. Wann jetzt? Aber ich sterbe erstmal, kurze Runde. Okay. Das fällt runter. Ich muss auf den Stachel warten. Hier ist halt die Schwierigkeit offensichtlich. Man rutscht sehr, sehr viel. Aber ich glaube, jetzt habe ich es eigentlich mehr oder weniger raus. Okay, nice. Wow. Das war echt zu knapp, ne? Wenn ihr mich fragt. Hä? Ich habe die beiden Sachen auf einmal in meiner Hand. Hä? Du hast einen Stachel in meiner Hand, oder? Ne. Ach nee, es ist der Sprite. Der Stachel war aber gar da. Vielleicht nicht, ob ihr den gesehen habt, den Stachel. Der hat den Eishapfen besser gesagt. Aber der war ganz kurz in meiner Hand, glaube ich. Ich hatte kurz, dieser Strich wäre der, aber nein. Das waren wir, wie seltsam aus. Egal. Warte, wo kommen wir jetzt hin? Ist das denn ein großer Turm? Ist hier schon das Finale? Jedenfalls hinterher. Selbst wenn es das noch nicht das Finale ist. Das sieht aus wie ein großer Turm. Oder vielleicht ein Schloss? Lass mal sehen. Lass mal sehen. Safe. Ding, 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 ding. Ja, 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 flacker, flacker Rocky Valley? Okay, das scheint dann also die vorletzte Welt zu sein. Erstmal diese... Boah, ich schau mal wie ein Level hier sind! Was zur Hölle? So, dass jetzt noch bis Folge 20 gehen oder was? Ja, aber da oben der Turm ist dann wahrscheinlich die letzte Welt. Okay. Ich hab mit einem Schloss gerechnet, ehrlich gesagt, aber ein Turm geht ja auch. Warum nicht? Das Wasser. Das ist der Schlüssel da unten! What? Was zur Hölle? Okay, lass uns erstmal oben umschauen. Ich glaub, oben ist nur... ist nur Bonus... ...für die ganzen Gegenstände von Pauline, aber ich gehe trotzdem mal lang. Okay, da macht nichts, der Dude. Alles klar. Und ja, hier ist nur Bonus, hier ist nichts. Nein, nicht! Okay, gut ist ja nur ins Wasser gefallen und nicht irgendwie in den Abgrund. Kann ich aber auch klettern? Ja. Ja. Tatsächlich ja. Sehr gut. Okay, kurz abwarten. So, jetzt, zack, hier rüber. Klatsch! Ja, das war alles nur für Bonus. Ähm, wie kommen wir da bitte dran? Also mit dem Schlüssel können wir die ja killen! Aber versuch erstmal zum Schlüssel dran zu kommen. Ist das Problem. Okay, ich bin mal am Schlüssel. Das muss ich irgendwie noch killen. Nee, nicht ganz. Bamm! Beide auf einmal! Double kill! Hier kurz rüberspringen. Hüah! Okay. Es ist schwierig mit der Grafik zu sehen. Aber wir können... Hier lang. Ja. Nein! Ja. Nimm mit. Und... Der Sprung war zu stark! Okay, egal. Nicht schlimm, nicht schlimm. Das geht ja noch. Oder? Oder? Ja. Ach, Mist. Ich rutsche die ganze Zeit aus. Das ist nicht einfach. Ab wann kann ich dann wieder mich nochmal bewegen? Ab hier. Okay. Okay! Oh, warte mal. Warte mal. Ich glaub, was ich vorhin gemacht habe mit der Leiter hier, war gar nicht mal so schlecht. So. Jetzt hab ich den Schuss hier oben. Jetzt rein ich hier schnell rüber. Und bin im Ziel. Okay, cooles Level. Sehr interessant. Ich bin gespannt. Aber leider ist das so viel im Level. Na Freunde, der ganze Spielspaß geht wohl noch eine lange Zeit lang weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Das ist die längste Welt von allen. Junge, Junge, Junge. Was sind das denn für welche? Missgestaltende Sonic Eagle. Hilfe. Was machen die hier? Kann ich ja lang? Ich kann da lang, aber warum soll ich da lang? Frage ich mich. Wir werden ja abgeschossen und wir lassen die gerade alle frei. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Aaaaahhhh. Ach, ich kriege ja noch. Und da scheint irgendwas bewirkt. Aber was hat bewirkt? ich muss immer im richtigen timing springen jetzt reich hier hoch aber die igel der igel gut 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 nur ganz kurz okay 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 hallo hallo was passiert was soll nicht so nett spiel aber das ist ein sehr interessantes level konzept ich mache es einfach einfacher wenn ich sterbe das meine ich nicht ich mache es mir einfacher indem ich einfach hier mal drüber springen und dann danach durch renne dadurch manchmal einfacher nun muss ja jetzt am anfang mehr skill und ein gutes stückchen mehr ja aber es funktioniert ja ja das funktioniert wow okay perfekt abwarten und tee trinken und los was soll ich trau mich nicht aber ich muss schnell durch schlechtes timing haben richtig schlechtes timing aber jetzt habe ich es wenn jetzt kein igel ist kann ich schnell durch ja okay das verknüffelig das verknüffelig sagen sind wir aber hier mario maker territorium so ein run run puzzle die brauche ich jetzt auch ich bin so oft gestorben war noch in den wahlen wo ich das euch nicht zeige ich muss jetzt nicht jeden einzelnen versuch zeigen so langweilig ein großer wasser fahrer wir schwimmen direkt aber er zieht uns nach unten aha du siehst du sogar einen der ersten songs aus dem game wow nein ach god ah pech das war sehr unlucky ich gebe auf keinen bock mehr das fühlt sich will das kann man machen aber wahrscheinlich ist es einfacher als auf eine andere art und weise zu machen oder hier ist ein vogelnest ich will bloß nicht vom vogel getroffen werden dass der schlüssel jp ernsthaft es gilt mich ins sind ja mega dumm junge 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 aber das ist kurz es wirkt lange und kompliziert aber es ist eigentlich da sollte ich übrigens jetzt schnell rangehen vorspeter schwieriger wird so war bei der barbarm perfekt und sterben auch mal game was soll das ließ da und du das to me ach geil denn ja hat er trifft mich jetzt nicht wenn ich hier kurz den schalter umlegt danke okay kurz warten kurz warten jetzt wird leben springen es war kein wirkliches springen aber es klappt und wir sind durch okay ich muss zugeben habe ich ein paar zu viele leben liegen lassen für meinen geschmack aber hey jetzt nicht das darf ich wieder da gekommen verprügeln von daher mit fessern natürlich nicht mit preußen von daher alles wieder gut was zum die igel sind wieder da die igelfreunde keine freunde ich hasse sie okay danke spiel muss mich hier beeilen scheinbar was genau muss denn machen die ach komm was soll was machst du hier mit uns denke ich halt diesmal hier lang aha ich muss hier lang schalter aktivieren nur noch rechts und da lang okay ich habe mich jetzt nicht getraut weil ich dachte macht jetzt im moment ist er das halt erst gemacht aber dann noch okay perfekt 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 schnell 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 warm rüber renn 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 wie unlucky aber das ist simpel das ist simpel das ist simpel es ist aber nicht aber es ist nicht einfach alter wie oft bin ich jetzt hier schon gestorben haben wir das auch so schnell ne ich denke ich habe immer mehr zeit als ich eigentlich habe aber es ist auch ein bisschen rng guck jetzt lässt du mich durch vorhin hat er mich nicht durch gelassen das ist aber ein bisschen random aber jetzt sind wir am längeren hebel als er das ist das ist echt dumm dass ich da in sind an dieser an dieser jahre oder in diesem seile was es ist dran hänge obwohl ich gar nicht möchte der macht halt automatisch das ist dann schwierig auszuweichen leider aber jetzt etwas besser schnell der macht ja gar nicht jetzt das wäre es der perfekte speedrun oder wie schon die geld du bist mir ein mysterium du bist definitiv ein rätsel wo sind wir in death mountain tja kumpel kriegen es hat beide ab und sagen sich gerade eine farbe ganz viele wanderhubs ich brauche sie noch sonst gehe ich game over ich will nicht game over gehen das ist mein ziel ich bin gespannt habe ich aber wie lange dann die ich frage mich aber wie lange die letzte welt wird also die danach oder knapp von drüber kann man es noch nicht erzählt noch dass wir oben sein ist leider alte wofür oder wofür ich verstehe es gar nicht wie soll ich da hoch jetzt habe ich keine idee mehr jetzt habe ich wieder eine neue idee neben das hier um hier eine verlängerte leiter zu machen jetzt passt auf aber irgendwie so dass wir das so verlängern dass wir ganz schnell den haben nach oben nehmen können und dann oben frei machen damit wir den schüssel zum ziel bringen können wir müssen uns halt nur richtig beeilen hier wie ihr sehen könnt das ist echt schwer mein gott ah unlucky ich muss vielleicht kurz ein bisschen warten bis das respawn aber ansonsten war es das doch eigentlich mit dem level oder ansonsten ist doch vorbei was das problem der klettert immer weiter ok warte dann machen wir es anders dann machen wir es anders dann setzen wir es hier hin also jetzt habe ich leider falsches timing ja setzen wir es dorthin dann kletter ich nämlich nicht automatisch weiter sondern lassen wir selber noch ein bisschen übrig von der zeit oh nein ich muss ja auch noch mal hochwerfen schnell 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 will noch einer hi du da willst du nochmal ach schade ok aber jetzt haben wir es dann haben wir uns nicht treffen lassen von den igeln nein ich muss da auch noch frei machen ok warte wir haben genug zeit wir haben genug zeit das kriegen wir hin ja wir haben genug zeit das kriegen wir hin ok machen wir das gleich wie vorher sollte funktionieren boing boing bam tot und frei machen schnell schnell mehr 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 das war nicht genug aber obwohl doch vielleicht ist es sogar genug probieren wir es aus probieren gegenüber studieren sagt man ja ja und wer nicht studiert der nicht probiert der nicht probiert der nicht studiert keine ahnung jedenfalls hat es geklappt und ich würde mich sogar noch mehr freuen wenn ihr auch beim nächsten mal dabei seid und einen like da lässt ja dann wird es mir noch ein paar folgen geben ich dachte wir wären schon am ziel der Affe hat immer noch ein Ass hinter am Öhrchen Kammbrüller ja doch riesige Öhrchen egal kammbrüller kammbrasti kammbrüller precisely jetzt jelts kammbrüller kammbrüller